Wo starte ich jetzt? Okay, hier. Okay. Miami weiß. Oh, Herzog holt die ganz alten Sachen raus hier. Wow! Ich weiß gar nicht, muss ich das Wasser überhaupt erhöhen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß nicht, ob es zwingend notwendig ist, hier das Wasser zu erhöhen. Herzog um 80er, 90er Fieber. Voll gut. So, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da! Hui. Und go! Go, 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 go! Und go, 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 go! Go, 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 go! Sehr gut, 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 sehr gut! Hui! Aber wo gehe ich denn dann hin? Wo, wo gehe ich denn hin? Kann ich hier an das Kabel? Ich kann nicht an das Kabel. Auf dem Fernseher bleiben kann ich auch nicht. Und es ist so... Ich bin so unter Zeitdruck. Fuck, okay. Was mache ich da? Da oben hängt ja auch so eine Lampe. Da müsste ich mich vielleicht dranhängen. Kannst du an das linke Kabel... Da an diese Lampe würde ich irgendwie gern drankommen. Okay, also auf jeden Fall... Müssen wir den hier auf jeden Fall nochmal machen. Uah! Also das Kabel sieht schon sehr prominent danach aus, als ob man da irgendwo sich dran festhalten könnte oder so. Go, 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 go! Sehr gut! Und Sprint und hüpp! Go, 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 go! Und das linke Kabel. Okay, das könnte ich mal probieren. Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ne. Springt er einfach durch. An das Bild. Hä? Oder soll ich das vielleicht gar nicht anmachen? Den Strom. Ich mein... Komm, Opa, guck ein bisschen Fernsehen magst du eh gern. Und ein bisschen Wasser. Gut, trotzdem lass mich in Ruhe. Ja, aber echt. Ich weiß nicht, ob ich den... Ob ich vielleicht den Strom auslasse. Ich probiere es einfach mal. Was soll schon schief gehen? Außer, dass dann das Wasser nicht funktioniert. Okay. Äh, ja, okay. Ich muss... Jetzt muss ich gerade mal sterben. Okay, das Wasser geht nicht ohne Strom. Ich denke schon, dass du Opa killen sollst. Die Frage, ob das... Der zählt ja fast nicht. Das war ja Absicht. Weil ich vergessen hatte, den Strom anzuschalten. Hm, aber wo soll ich dann hin? Ich mein, da hängt ja... Da hängt ja auch noch so eine Lampe da rechts. So eine Lampe wie die hier, die links. Die hängt ja auch da. Aber wie soll ich denn da drankommen? Und da oben ist noch ein Sicherungskasten. Aber an die Bilder komme ich nicht ran. An das Kabel komme ich nicht ran. Und dann... Ich muss den Strom wieder ausmachen. Zählt aber, ja, ja. Das ist, glaube ich, übrigens Oma. Das ist gar nicht Opa. Das ist Oma, die uns gerade hier, äh, verführen will. Ist mir jetzt gerade mal egal, was ihr sagt. Ich probiere jetzt mal, den Strom wieder auszumachen. Das geht wahrscheinlich gar nicht, ne? Ne, ich kann hier ja nicht... Ich kann das ja nicht. Ich kann auch hier nicht irgendwie am Kabel ziehen oder so. Hier ist so eine Tür. Da kann ich aber auch nichts machen. Da, diese Lampe. Ich hätte fast das Gefühl, da müsste ich ran. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, wie. Oh Gott, oh Gott. War das ein Fehler? War das ein Fehler? War das ein Fehler? Nein, war kein Fehler. Ich kann ihn vielleicht vorher schon reinschieben. Moment, ich muss... Es tut mir leid. Herzog und ich sind die Einzigen, die es können. Aber ich muss es tun. Ich muss es tun. Brainbird. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr es alle miterleben durftet. Oma gekillt, genau. Oma gegrillt sogar. Mit RTL wahrscheinlich. Okay, warum auch die Treppe... Herzog, yeah! Auf Herzoges Verlass. Oh, das ist noch ein... ein Treibgut. Sehr gut, Herzog. Vielen Dank für den Brainbird. Fum. Ah! Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Herzog, für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank dafür. Lieber Herzog. Erst der Brainbird, dann die Bits. Ich danke dir vielmals, Herzog. Okay, da kann ich nichts mitmachen. Dann ne... Bist du jetzt tot? Nee, okay. Dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Wir haben ja im Level-Übersichtsscreen gesehen, dass es fünf... äh... Treibgute gibt. Wir haben, glaube ich, zwei gefunden. Aber das muss natürlich gar nicht... Ist das auch ein Treibgut hier? Bäh! Das sieht aus wie dem Korken da. Aber da komme ich gar nicht ran. Okay. Gehen wir nochmal nach oben? Gen-Licht? Das war gewollt. Das war gewollt und geplant und geskriptet. Das ist... Beinahe. Habe ich das DLC jetzt nicht geschafft? Oder was? Das war geskriptet, Leute! Das zählt nicht als tot! Das musste so passieren! Es stand in den Geschichtsbüchern geschrieben, dass es genau so passieren musste. Das zählt nicht als tot! So, ich verabschiede mich kurz von den YouTube-Zuschauern, die es als Let's Play gesehen haben. Jetzt irgendwann in den nächsten Wochen. Vielen Dank fürs Zusehen! Im Stream bleibe ich noch ein bisschen dran. Auf YouTube sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss, Jan!